Servus und hallo zur Brickshow. Lange gab es nichts mehr, aber jetzt habe ich wieder Bock drauf und darum schauen wir uns heute ein mittelalterliches Wirtshaus, glaube ich ist es, von der Marke G-Star. Es sind 2.710 Teile für ca. 80 Euro habe ich gezahlt und alles was ihr seht sind Print. Es gibt keine Aufkleber. Ein bisschen was habe ich anders gebaut, wie die Anleitung vorsieht. Zum einen die grünen Wandteile die ihr da seht. Da hatte ich nur so grüne transparente Teile da rumliegen. Die habe ich da reingebaut. Es ist nun mal komplett rot an dieser Stelle die Wand. Dann habe ich ein eigenes Lichtset reinbaut zum Lichtset, das dabei war. Es ist eins dabei, sage ich später noch mal ein bisschen was. Und den grünen elendigen Baum habe ich anders gebaut. Das Haus hat drei Stockwerke. Die schauen wir uns dann in Ruhe alle an. Und es ist ein Wägelchen dabei. Finde ich sehr schön, dass es dabei ist. Das Wägelchen hat drei Prints. Einen außen und zwei innen auf dem Tisch. Man sieht nie wieder rein da innen. Ich kann das Dach nicht abnehmen. Ist nicht dazu gedacht. Aber glaubt mal einfach da drin auf dem Tisch sind zwei Prints. Und zwar einmal zwei Fliesen bedruckt. Ah ja und oben drauf ist nur nette Ulle und so Gerümpelzeug und Eimer und was man halt so braucht, wenn man unterwegs ist. Ist da noch dabei. Kommen wir mal zu die Abmessungen vom Haus. Es sind ungefähre Werte, je nachdem wie man es Gestrüpp und Grünzeug und so stellt. Die Abmessungen ohne Wägelchen. Das Haus ist 29 Zentimeter tief, 34 Zentimeter breit und 24 Zentimeter hoch. Wie gesagt so ungefähre Abmessungen sind es. Dann nehmen wir das Haus doch mal auseinander, weil es ist natürlich modular. Im Erdgeschoss gibt es ganz viel Zeug. Ein Kamin, eine Bar, einen Tisch, ein Bild an der Wand glaube ich. Und die Glasfenster die ihr seht, die sind Brickbill. Also die sind gebautes. Eine transparente 2x4 Fliese jeweils, wo halt die bunten einmal ein Steinchen drauf kommen und in den Rahmen dann eingesetzt werden. Ich finde es detailliert und schön gefließt innen und passt alles. Kommen wir zum ersten Stock. Da gibt es auch viel Zeug. Schreibtischbett, Kommode, Bücherregal, Balkonausno und auch wieder so einen kleinen Kamin gibt es. Licht habe ich im zweiten Stock nicht verbaut. Wird quasi indirekt durch den Stock darüber beleuchtet. Naja indirekt auch nicht. Ich habe so einen Lichtstreifen und ein paar Lampen da an das Stockwerk darüber unten an die Bodenplatten geklebt. Ich blende euch Bilder ein, was ich meine. Jedenfalls verbaut habe ich da kein Licht. Dann kommen wir noch zum Dachboden. Da gibt es ganz viel Gerümpel. Da werden Fische getrocknet. Da stehen diverse Körbe und Fässer rum. Eine Katze gibt es da auch noch. Also sehr viel Zeugs. Und wie gesagt, das Licht, wo ihr verbaut habt, das dann drangeklebt ist, damit es das Untergeschoss beleuchtet. Die gebauten Fenster hier, das sind die Drehteller. Also der Fachbegriff dafür ist bestimmt der andere. Ich nenne es Drehteller und ich glaube, ihr weißt, was mein ist. Die halt da eingesetzt sind. Die fallen sehr schnell raus. Also auch schon, wenn man es böse ansieht, dann fallen die raus quasi. Also sehr vorsichtig kann haben. Zuletzt noch das Dach. Da gibt es nicht viel zu sagen. Stabile Konstruktion, relativ simpel gebaut, aber sehr stabil. Zum Auseinandernehmen und Draufsetzen ist sehr easy. Es sind immer nur ein paar Noppen, die das Stopfwerk halten. Aber das Gewicht an sich, das sorgt dafür, dass das schon passt. Kommen wir mal zum elenden Baum. Der ist schon gut und theoretisch auch praktikabel. Aber da gibt es so grüne Teile. Ihr habt es euch eingeblendet, glaube ich. Das hält überhaupt nicht drum. Habe da was Eigenes gebaut. Dann kommen wir mal zum Lichtset. Es wäre eins dabei gewesen. Aber es hat mir nicht wirklich gefallen. Es leuchtet nur weiß und ist ja nicht wirklich... Ja, es sind schon ein paar Dinge, aber lange Rede kurzer Sinn. Ich habe Ereignis eingebaut, weil es mir halt einfach besser gefallen hat. Und ein großer Kritikpunkt ist, ich weiß nicht, was sich die Leute mit dem Lichtset gedacht haben. Also so grundsätzlich passt schon mit USB-Anschluss und so. Besser wie so blöde Lichtgelande, die ja öfter mal dabei ist. Grundsätzlich gut, aber in der Anleitung wird das Lichtset mit keinem Wort erwähnt. Also nicht mal, dass dabei ist. Einfach gar nichts. Da haben sie halt gedacht, ja, machen wir nur Lichtset rein, können wir irgendwie auf die Box schreiben. Ja, mit Lichtset haben sie in die Box geschmissen und gut ist. So ungefähr stellen wir das vor. Von dem her, ihr habt keinen Vorteil, wenn ihr das verbaut, was dabei ist, weil so Anleitungen, wo was hingehört oder wo die Kabel verlegt werden, gibt's nicht. Also kein Vergleich mit Funnel oder so. Ich würde sie ja sehr detailliert beschreiben. Die ja einfach mit in die Schachtel geschmissen und sie gedacht, passt schon. Das fand ich ein bisschen schade. Dann kommen wir ja direkt zur Anleitung. Die Anleitung hat 353 Bauschurritte in elf Bauschurritte-Tüten. Die Bauschurritte sind ausgegraut, die man schon gebaut hat. Ansonsten keine Fragen. Wirklich gut verständlich, die Anleitung. Nochmal alle Infos kurz und kompakt. Medieval M heißt es, falls ich noch nicht gesagt habe. Von der Marke G-Star. 2710 Teile für circa 80 Euro. Und die subjektive Bewertung wieder. Es sind ungefähr 7,9 Teile pro Bauschritt. Ungefähr. Fazit. Hat mir Spaß gemacht. Alles wunderbar. Der Bau war echt schön. Und Lichtset hat die auch irgendwie gut einbauen lassen. Ist ja immer so. Ich versuche ja immer die Kabel zu verstecken. Hat weniger oder weniger gut geklappt. Also insgesamt finde ich, hat schon Spaß gemacht. Und zu dem Preis will ich jetzt da auch nicht sagen. Irgendwie unverschämt und kacke. Auch wenn die Baumteile wirklich, wirklich schrott waren. Und das Lichtset nicht mehr erwähnt wird in der Anleitung. Finde ich das Set eigentlich trotzdem okay. Ich finde es sieht schön aus. Wie hat es denn euch gefallen? Was denkt ihr von dem Set? Ich sage vielen Dank fürs Ansehen. Servus, Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.